Der 26. Buchstabe ist das H, das schwachgesprochene H. Ausgesprochen wird es als H. Wie zum Beispiel, er hat das H, wenn es alleine als einzelner Buchstabe steht. H am Anfang eines Wortes. H in der Mitte eines Wortes. So werden gerne bei SMS Röschen gemacht, weil es sieht aus wie ein Rosenkopf, die Knospe und dann zwei Blättchen. Und das H am Ende eines Wortes. Da gibt es zwei verschiedene. Das erste ist, wenn es angehängt wird, dann sieht das so aus. Und das nächste ist, wenn davor ein Buchstabe ist, an dem man nichts anhängen darf. Dann ist das H zum Ende einfach ein Kreis. Dann ist das H. Untertitelung des ZDF, 2020